Ich schieb den einfach weiter mit. Geht auch nicht, ne? Das heißt, sie drückt dann so runter und dann muss ich im richtigen Moment abschicken. Aber wo ist der Moment? Nein! Da war der Moment auch nicht. Na gut, jetzt bin ich tot, würde ich mal sagen. Haha! Ich stehe denn, scheiße. Ist da irgendwas tricky versteckt oder so? Ich weiß es nicht. Ich probiere es jetzt einfach so lange, bis ich es schaffe. Ganz einfach. Ich kann hier nichts mitnehmen und alles. Also muss es, das muss einfach so gehen. Oder ich stehe gerade auf dem Schlauch. Weil da kann ich nichts machen, oder? Kann ich da was machen? Ich denke nicht. Also es muss so stimmen. Hä? Das klappt aber nicht. Ich blick das nicht. Hm. Geht es doch anders? Ich weiß es nicht. Hm. Hm. Ein schwieriges Rätsel. Ah, das kann doch nur so gehen, ey. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oder warte mal. Nee. Das muss einfach mal so gehen. Und jetzt Anlauf und zack. Geht doch. Ich dachte, ich muss mich da hochboosten lassen, ey. Aber von wegen. Oh, ich glaube, das reicht nicht. Oder? Doch, das reicht. Ja. Ja. Lol. Alter, ich dachte jetzt, ey. Ich mache einfach mal einen Megasatz darüber. Das gefällt mir hier gar nicht. Na ja, war klar. Toll und nu? Wollt ihr mich rollen? Alter, nein. Pfff. Noob. Ja, so macht man eine Spinne fertig, Alter. Man nimmt einfach einen fetten Felsen. Lässt ihn irgendwo runterrollen. Und fertig ist der Lachs. Oder wie Commander Krieger jetzt sagen würde, dann ist der Drops gelutscht. Ganz einfach. Was ist das für ein Megabaumstamm? Der macht mir Angst. Hm, da passiert wohl nicht so viel. Es kommen bestimmt gleich wieder die komischen Typen, die mir irgendwas da irgendwie in der Falle stellen wollen. Ähm. Ach ja, okay. Ein kleiner Junge geht auf... Da sind sie doch. Was war da? Ändert schon wieder die Spinne, ey. Ich glaube, ist die irgendwie kaputt. Hey. Süße, du bist kaputt. Oh, die geht ja ab. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Zack, 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 zack. Ii, das ist ja eklig. Los jetzt. Geh auf die Pirsch! Mach sie fertig. Ah, okay. Ja, aber ich kann sie doch nicht bewegen. Was bringt das jetzt? Was ist das für ein Monster, ey? Ohne Spaß. Ne, da muss ich. Hm, was muss ich machen? Das ist hier die Frage. Weil die stoppt hier irgendwie mit ihren... Mit ihrem Scheißteil hier. Da muss sie irgendwo anders hin. Ich bringe einfach mal drauf. Vielleicht geht's kaputt. Los. Brech. Nein. Das ist alles brechen. Das ist natürlich öde. Hm, das heißt, ich muss... Irgendwie muss ich... Die hier... Voran. Jetzt wird die Spinne auch noch zu meinem Freund, oder was? Ich versteh's nicht. Oder gibt's hier vorne noch was? Oder muss ich vielleicht was ganz anderes machen? Nee. Ah, da kommt noch eine. Ah, ah. Oh man, oh man, oh man. Ey, ich globe das ja nicht. Das ist natürlich mies. Oh. Was? Die bleibt einfach nicht am Seil hängen. Okay, dann... Dann weiß ich wie. Jetzt aber... Jetzt schaff ich's aber. Los. So. Was soll das da jetzt? Und wenn ich da rüberspringe... Bin ich tot. Na ja, mal kurz probieren. Ja, was soll ich jetzt hier? Hä? War da hinten vielleicht noch irgendwas? Ich glaube aber eher nicht. Nee. Ah, an den Seil! Ah, ich glaube jetzt hab ich's. Moment. An das Seil einfach hochgehen hier. Sobald er mal ans Seil gehen würde. Geh ich jetzt einfach hoch. Jetzt aber... Da ist bestimmt gleich... Oh, der nimmt das Seil weg, Alter. Soll denn das... Okay. Jetzt hab ich euch ausgetrickst, würde ich mal sagen. Ganz gekonnt. Das gefällt mir ja gar nicht hier. Oh, Megaspinne. Megaspinne. Ach, da sterb ich ja. Ah, ich Idiot. Oh, da sterb ich auch nicht. Hä? Doch. Ich sterbe doch. Wo soll ich da jetzt bitte hin? Das tötet mich einfach mal. Wollt ihr mich rollen? Das geht einfach mal nicht. Ah, ich glaube ich weiß wie... Ich muss die Fallen dann mitnehmen. Natürlich. Es gibt mir die Fallen. Er nimmt die Fallen einfach mal nicht. Hm, wenn er die Fallen nicht nimmt... Oh, dann nimmt er sie doch. Und ich war nur zu blöd. Wer weiß. Nee, 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 nee. Die Fallen sind ja so komisch versteckt hier. Ja, aber wie soll das dann gehen? Bahnhof oder was? Jetzt kommt die Spinne angedackelt. Also wenn ich mir einfach ranhänge... Geht nicht. Doch, ich versteck mich hier. Lol. Ich hab mich doch versteckt. Wie kann die mich sehen? Die hat Wallhack bestimmt oder sowas. Ah! Scheiße! Aber ich versteh nicht, wie das gehen soll. Oh, da muss ich auf die Spinne draufhüpfen. Nee. Das ist voll der Brummer, ne? Fällt mir gerade auf. Das passt da... ...gar nicht. Ach, ich kann das Ding einfach mal mitnehmen. Ja, toll. Und jetzt? Einfach... Richten. Ja, das ist natürlich auch mal Fail, wenn man nicht sieht, dass das einfach mal so ein... ...Teil ist, ey. Mega... ...abnormal gefehlt. Ja, toll. Und nun? Danke. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Scheiße! Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich muss, wenn die mich also hochwirft, muss ich fix... Okay, jetzt... Ich glaube, jetzt hab ich's. Boah, die zieht schon die Leichen mit sich, ey. Die Alte. Ich glaube, jetzt habe ich es. Das heißt, ich muss da drauf, muss stehen bleiben, bis die dann draufhüpfen. Nehme ich an. Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe, das klappt. Also das heißt, ich muss das richtig timen. Oh, sie pierst sich an. Sie pierst sich an. Nein, warum geht das nicht? Dann gehe ich einfach mal da runter. Ich auch nicht. Ach, die Spinne ist doch kot, ey. Was ist denn das? Ich glaube, das passt so. Anders kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also dann probiere ich es einfach so lange, bis ich es schaffe. Weil den kann ich ja nichts mitnehmen hier. Also muss das so gehen. Oder ich schiebe den einfach weiter mit. Geht auch nicht, ne? Das heißt, sie drückt dann so runter und dann muss ich im richtigen Moment abspringen. Aber wo ist der Moment? Nein. Da war der Moment auch nicht. Na gut, jetzt bin ich tot. Würde ich mal sagen. Haha. Ich stehe hinten. Scheiße. Oder ist da irgendwas tricky versteckt oder so? Ich weiß es nicht. Ich probiere es jetzt einfach so lange, bis ich es schaffe. Ganz einfach. Ich kann hier nichts mitnehmen und alles. Also muss es. Das muss einfach so gehen. Oder ich stehe gerade auf dem Schlauch. Weil da kann ich nichts machen, oder? Kann ich da was machen? Ich denke nicht. Also es muss so stimmen. Hä? Das klappt aber nicht. Ich blickte es nicht. Hm. Hm, hm, hm. Geht es doch anders? Ich weiß es nicht. Hm. Hm, hm. Ein schwieriges Rätsel. Ah, das kann doch nur so gehen, ey. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oder warte mal. Nee. Das muss einfach mal so gehen. Letzt Anlauf. Und zack. Geht doch. Ich dachte, ich muss mich da hochboosten lassen, ey. Aber von wegen. Oh, ich glaube, das reicht nicht. Oder? Doch, es reicht. What? Lol. Alter, ich dachte jetzt, ey. Ich mache einfach mal einen Megasatz darüber. Das gefällt mir hier gar nicht. Naja, war klar. Toll und nu? Wollt ihr mich rollen, Alter? Noob. Ja, so macht man eine Spinne fertig, Alter. Man nimmt einfach einen fetten Felsen. Lässt ihn irgendwo runterrollen. Und fertig ist der Lachs. Oder wie Commander Krieger jetzt sagen würde. Dann ist der Drops gelutscht. Ganz einfach. Was ist das für ein Megabaumstamm? Der macht mir Angst. Da passiert wohl nicht so viel. Es kommen bestimmt gleich wieder die komischen Typen. die mir irgendwas da irgendwie in eine Falle stellen wollen. Ähm. Ach ja, okay. Ein kleiner Junge geht auf... Da sind sie doch. Was war da? Nicht schon wieder die Spinne, ey. Ich glaube... Ist die irgendwie kaputt? Äh. Hm. Hm. Hey. Süße, du bist kaputt. Oh, die geht ja ab. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Zack. 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 Ii, das ist ja eklig irgendwie. Los jetzt. Geh auf die Pirsch. Mach sie fertig. Ah, okay. Ja, aber ich kann sie doch nicht bewegen. Was bringt das jetzt? Was ist das für ein Monster, ey? Ohne Spaß. Ne, da muss ich. Hm, was muss ich machen? Das ist hier die Frage. Weil die stoppt hier irgendwie mit ihren... Mit ihrem Scheißteil hier. Da muss sie irgendwo anders hin. Ich bringe die Kammer drauf. Vielleicht geht's kaputt. Los. Brech. Nein. Das ist alles brechen. Das ist natürlich öde. Hm, das heißt, ich muss... Irgendwie muss ich die hier voran... Jetzt wird die Spinne auch noch zu meinem Freund oder was. Ich versteh's nicht. Ja, oder gibt's hier vorne noch was?